Für eine Handvoll Dollar würde ich töten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Bitte legen Sie das Bier bei Seidloch, stellen Sie das Rauchen ein. Und Sie können es sich sowieso nicht mehr leisten. Ha, 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 ha. Wenn Sie genauso fleißig sind, haben Sie die Schulden auf Ihrem Konto. Ja, denn werden dieses Lied genau für Sie das Richtige sein. Ha, denn wir alle brauchen nur eins und das ist... Eins, zwei, drei, Hartz IV! Champelburg, ist ein Saal. Wie wäreicheiniger? Gut, er ist zielten, glaube ich will. Ich will so wie soll ich machen? Ich will so wie soll ich machen mit dich? Oh, ich schnitz sie auf, ich mach alle Re-Poppen, Re-Poppen, die soll, die soll so ein Flohle machen. Ich mach sie alle, ich mach sie alle. Was tut die denn alle so komisch, ne? Was tut die denn alle so komisch, ne? Was tut die denn alle so komisch, ne? Was tut die denn alle so komisch, ne?